willkommen zu einer weiteren folge von wo wir haben unsere ganzen leben jetzt verloren durch die nicht so optimale verteidigungsmission so wer kennt umlenkung vergessen wo waren die ich jetzt doof ach da ist er umlenkung vier könnten natürlich jetzt umhauen oder ich habe nur vitalität gehen wir es mal darauf ich habe jetzt aber so ein bisschen die befürchtung wenn wir noch mal die mission gleich starten wollen dann werden war vermutlich das nicht packen aber probieren kann man es ja trotzdem mal ok neue gruppe will ich jetzt nicht warten dann machen wir können wir irgendwas wo auf der erde gibt es eine alarmierungsmission ausgabung das hat nur noch mal eine finden oder 13 offene gruppen die gibt es doch ja nicht ach geht doch und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nun gut, ich glaube ich weiß, wo das Problem ist. Ich müsste wahrscheinlich den Rechner nochmal neu starten, aber probieren wir es eben mal alleine. Ich denke mal nicht, dass er hier noch rein joinen kann. Ja, wir haben auch nur ein Glück hier. Ich flog rüber weiter. Ja, wir sind bereit. Ich glaub's da ne krassere Reichweite hat die, glaube ich nicht. Komm, rin und abhauen. Komm, rin und abhauen. So, weiter. Ich hoffe, das wird noch durchhalten. Die paar Sekunden. Wir können also aber noch nicht fliehen. Schade. So. 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 Can you get you some more. So. So. Was ist das? Schau, was wir gerade haben. Nein! Nein! The scanner has picked up the target. Go to the dig site. Ne! Wovon das denn? 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 Im aggressively sein ex gewährte projekte die übertrags die arke wir können desto ist jetzt packt das schon hier rum Die Excavator wurde ausgerüstet. Findet eine Celle. Die Excavator wurde ausgerüstet. Die Excavator wurde ausgerüstet.